Moin Leute, was geht? Crispy hier. In Woche 4 gibt es auch wieder eine Sammelaufgabe, in der es diesmal darum geht, durch brennende Ringe zu fahren. Ich zeige euch wie immer alle Positionen in der Reihenfolge, in der ihr sie ablaufen solltet, oder viel eher abfahren solltet, um am meisten Zeit zu sparen. Okay, soviel dazu, viel Spaß beim Video und gutes Gelegen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.